Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will aufs College Sie haben 30 Minuten, um 30 Fragen zu beantworten Wer so alt ist wie du, geht noch nicht aufs College Ich bin fertig Das ist schlicht unmöglich Du bist ein besonderer junger Mann, gesegnet mit einer besonderen Begabung Wer ist mein Vater, Patricia? Wer ist mein Vater? Wo willst du hin, mein Schatz? Bitte Warum waren Sie Samenspender? Du hast meinen Jesus H. Christ Sperma, meine Mutter Sie? Ich? Oh mein Gott, ich bin die Mutter Und Sie sind nichts weiter als ein Reagenzglas voll Spermien Spermien Das war eine Petrischale Was ist denn? Ich stelle mir gerade Audreys Reaktion auf die Neuigkeit vor Bin ich die Einzige von euch, die das hier total krank findet? Audrey hat recht Das hier ist doch unangenehm Findest du? Ich bin für immer geschädigt Ein Freak Genau wie du Ja So ein Freak sein ist doch cool Die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern Aber mit der Zukunft geht das Also Wie geht es weiter? Die Mutter erdrückt gerade ihren Sohn So ist das mein Schatz, ich weiß Mütter machen das